Wird Ihnen die Informationsflut unserer Tage schlichtweg zu viel? Fühlen Sie sich überfordert von der Aufgabe, fast täglich neue technische Entwicklungen zu bewerten und zu erlernen? Haben Sie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren? Ja, solche Probleme mit dem geistigen Oberstübchen wälzte ich früher auch. Heute jedoch ist das anders. Noch vor kurzem bekam ich einen Anruf von einer Juristin und während des Telefongesprächs machte mir diese Dame ein Kompliment. Mensch, Herr Rademacher, Sie lernen aber fix. Zwischen meinen geistigen Problemen von einst und meinem mentalen Fitness von heute liegt ein ganz spezielles Gedächtnistrainingsprogramm. Brainpower. Dieser Kurs hat mir die Lerntechniken der Genies beigebracht. Als ich den Lehrgang damals angefangen habe, war ich ehrlich gesagt überrascht davon, wie einfach die Lektionen waren. Ja, sie machten mir sogar regelmäßig Spaß. Und trotz dieser Leichtigkeit des Lernens, seither vergesse ich nichts mehr von dem, was ich nicht vergessen möchte. Ich habe auch keine Schwierigkeiten mehr, mich zu konzentrieren. Ich kann besser Kopfrechnen denn je und werde daher an der Superkasse nie wieder übervorteilt. Und Briefe, Zeitungen und so weiter nehme ich jetzt im D-Zucht-Tempo auf. Lassen Sie sich helfen von meinem Gedächtnistraining Brainpower. Vergessen Sie künftig nur noch eine einzige Sache. Das Vorurteil nämlich, dass man an einem schlechten Gedächtnis leider nichts ändern könne. Das Gegenteil ist wahr. In Ihrem Gehirn steckt das Potenzial zum Genie. Setzen Sie es frei. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Ausgleich die Musik für den Gehirn steckt. Verundheit ist verschieden ein paar Möglichkeiten. Über die Musik für den Gehirn steckt. Vielen Dank.